Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Fernstudium zum Datenschutzbeauftragten in der Zahnarztpraxis mit IHK-Zertifikat. Dieses Fernstudium vermittelt die erforderlichen fachlichen Qualifikationen gemäß Artikel 37 der DSGVO sowie § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes neu, um als Datenschutzbeauftragter tätig sein zu dürfen. Unser Fernstudium ist sowohl für zahnmedizinisches Fachpersonal als auch für Zahnmediziner und Zahnmedizinerinnen geeignet. Zahnmediziner erhalten für ihre erfolgreiche Teilnahme 48 Fortbildungspunkte. Bitte beachten Sie aber, dass Sie als Praxisinhaber die Position des Datenschutzbeauftragten nicht übernehmen dürfen. Sie dürfen natürlich trotzdem gerne durch dieses Fernstudium Ihr Wissen im Bereich des Datenschutzes aufbauen. Mit unserem praktischen Fernstudium können Sie lernen, wann und wo Sie möchten, ganz ohne feste Termine oder Zeitdruck. Gerne möchte ich Ihnen die Inhalte und den Aufbau unseres Fernstudiums näher bringen. Schauen wir uns erst einmal an, welche Inhalte im Datenschutzbeauftragten Fernstudium überhaupt enthalten sind. Wir haben die Inhalte in verschiedene Blöcke unterteilt, die da wären, Grundlagen Datenschutz, Betroffenenrechte und die praktische Umsetzung. Alle Inhalte werden von Experten auf Ihrem Gebiet mit praxisnahen Beispielen vermittelt. Jetzt wissen wir schon mal, welche Inhalte Teil des Fernstudiums sind. Schauen wir uns nun an, wie das Fernstudium überhaupt aufgebaut ist. Wir stellen Ihnen unsere Inhalte im digitalen Videoformat auf der Plattform Crocodile zur Verfügung. Unser Fernstudium zum Datenschutzbeauftragten besteht aus insgesamt 48 Lerneinheiten. Die IHK-Prüfung findet ebenfalls digital statt und besteht aus Multiple-Choice-Fragen. Eine Lerneinheit ist dabei immer so aufgebaut, dass Ihnen Ihr Dozent in einem kurzen Video-Intro erklärt, worum es in der folgenden Lerneinheit geht und womit wir uns überhaupt beschäftigen. Im Anschluss folgt die Tonspur mit der Präsentation des Dozenten, in der Ihnen die Inhalte anhand praktischer Beispiele nähergebracht werden. Nach der Tonspur fasst Ihr Dozent in einem kurzen Video-Outro die wichtigsten Punkte des Gelernten zusammen. Wenn die Videosequenz der Lerneinheit vollständig angeschaut wurde, werden die Verständnisfragen freigeschaltet. Jetzt stehen Ihnen fünf Verständnisfragen, die Sie mittels Multiple-Choice beantworten müssen, zur Verfügung. Nach erfolgreicher Beantwortung der Fragen gilt die Lerneinheit als abgeschlossen. Kleiner Hinweis, abgeschlossene Lerneinheiten können beliebig oft angesehen werden. Bei Fragen zu den Lerneinheiten können Sie jederzeit über die Plattform direkt Kontakt zu Ihrem Dozenten aufnehmen. Ihre Praxis braucht Sie. Unterstützen Sie als Datenschutzbeauftragten den Praxisinhaber bei der verantwortungsvollen Aufgabe in der Umsetzung der Datenschutzvorgaben. Entlasten Sie ihn zeitlich und werden Sie zum direkten Ansprechpartner für das Team. Jetzt anmelden und wir zeigen Ihnen, wie es geht. Direkt nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung einen Freischaltcode, mit dem Sie sofort starten können. Viel Spaß beim Lernen!